Kapitel 63 Unterweisung der Kinder im Umgang mit Geld Lehrt einfache Gewohnheiten im täglichen Leben Eltern haben die Aufgabe, ihren Kindern Selbstbeherrschung und Selbstverleugnung beizubringen. Sie müssen ihnen immer die Pflicht vor Augen halten, dem Wort Gottes zu gehorchen und dafür zu leben, Jesus zu dienen. Sie sollten ihre Kinder dazu erziehen, in ihrem täglichen Leben mit einfachen Gewohnheiten zu leben und teure Kleidung und Nahrung sowie kostspielige Häuser und Möbel zu vermeiden. Kindern sollte schon sehr jung lesen, schreiben und rechen beigebracht werden und für sich selbst hochzuführen und darin beständig Fortschritte machen. Vor allem aber sollten sie unterwiesen werden, dass die Furcht des Herrn der Weisheit Anfang ist. Jugendliche sollten die Finanzlage der Familie berücksichtigen. Durch falsche Vorstellungen im Umgang mit Geld ist die Jugend vielen Gefahren ausgesetzt. Sie sollten nicht mit Geld unterstützt werden, als gäbe es einen unerschöpflichen Vorrat, aus dem sie jedes eingebildete Bedürfnis befriedigen können. Geld muss als Gabe angesehen werden, die uns Gott anvertraut hat, um sein Werk zu tun und sein Königreich aufzubauen. Die Jugend sollte lernen, ihre Wünsche einzuschränken. Habt nicht so viele Wünsche, besonders wenn euer Einkommen begrenzt ist. Haltet eure Ansprüche im Rahmen der Mittel eurer Eltern. Der Herr wird eure selbstlosen Bemühungen erkennen und vermerken. Seid auch im Geringsten treu. Ihr kommt dann nicht in die Gefahr, größere Verpflichtungen zu vernachlässigen. Gottes Wort erklärt, wer im Geringen treu ist, ist auch im Großen treu. Matthäus 25, 21-23 Unterrichtet über den Wert des Geldes Geld, das Jugendliche ohne viel Mühe bekommen, ist nicht viel wert. Einige müssen ihr Geld durch schwere Arbeit und Entbehrungen verdienen. Aber wie viel sicherer ist es doch, wenn Jugendliche genau wissen, wo das Geld herkommt, das sie ausgeben und wenn sie wissen, was Kleidung, Nahrung und der Kauf eines Hauses kostet. Es gibt für Kinder viele Möglichkeiten, selbst Geld zu verdienen und ihren Teil dazu zu tun, Jesus' Dankopfer zu bringen, der sein Leben für sie gab. Sie sollten lernen, dass das Geld, was sie verdienen, nicht ihr Eigentum ist und sie es nicht für das ausgeben können, was ihre unerschöpfliche Fantasie will, sondern es überlegt, zu nutzen und für missionarische Zwecke zu geben. Sie sollen nicht damit zufrieden sein, Geld von ihren Eltern zu nehmen, das nicht ihnen gehört und es als Opfergabe in den Schatzkasten zu legen. Sie sollten sich sagen, sollte ich von dem geben, das mich kein Opfer kostet? Es gibt so etwas wie eine unkluge Unterstützung unserer Kinder. Solche, die sich ihr Studium verdienen, schätzen ihre Vorteile mehr als jene, die auf Kosten anderer versorgt werden, denn sie kennen sie aus eigener Erfahrung. Wir dürfen unsere Kinder nicht so lange tragen, bis sie hilflose Bürden sind. Eltern missachten ihre Pflicht, wenn sie einem Jugendlichen freizügig Geld geben, der kräftig genug ist, ein Studium zum Prediger oder Arzt zu beginnen, bevor er Erfahrungen in nützlicher, anstrengender Arbeit hat, ermutigt Kinder, ihr eigenes Geld zu verdienen. Manches Kind, das außerhalb der Stadt wohnt, könnte ein kleines Stück Land haben, um Gärtnern zu lernen. Es kann unterwiesen werden, auf diese Weise Geld zu verdienen, um es der Sache Gottes zu geben. Jungen und Mädchen können diese Arbeit verrichten und bei richtiger Unterweisung dann den Wert des Geldes und Sparsamkeit lernen. Sie können neben den Sparen für die Mission auch beim Kauf ihrer Kleidung mithelfen und sie sollten dazu auch ermutigt werden. Missbillig den sinnlosen Gebrauch des Geldes Oh, wie viel Geld verschwenden wir für nutzlose Dinge im Haus, für Zierrad und modische Kleider, Süßigkeiten und andere Dinge, die wir nicht brauchen. Eltern, lehrt eure Kinder, dass es falsch ist, Gottes Geld für das eigene Vergnügen auszugeben. Ermutigt sie, ihre Cents wenn möglich zu sparen, damit sie im Missionswerk eingesetzt werden können. Sie werden durch praktische Selbstbeleugnung dann reiche Erfahrungen machen und dadurch vor unmissigen Gewohnheiten bewahrt bleiben. Kinder können lernen, ihre Liebe zu Christus zu zeigen, indem sie sich nutzlose Kleinigkeiten versagen, für die viel Geld durch ihre Finger rinnt. Dieses Werk sollte in jeder Familie getan werden. Es erfordert Feingefühl und Methode, aber es ist die beste Erziehung, die Kinder bekommen können. Und würden alle kleinen Kinder ihre kleinen Opfer dem Herrn darbringen, dann wären ihre Gaben wie kleine Bäche, die zu einem Fluss anschwellen, wenn sie zusammenfließen. Stellt eine kleine Spardose auf, den Kaminsims oder an einen anderen sicheren Platz, wo sie gesehen wird und in die Kinder ihre Opfergaben für den Herrn tun können. So können sie für den Herrn erzogen werden. Lehrt die Kinder, Zehnten und Opfergaben zu geben. Der Herr beansprucht den Zehnten nicht nur als sein Eigentum, sondern er sagt uns auch, wie er für ihn aufbewahrt werden soll. Er sagt, ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages, Sprüche 3, 9. Das bedeutet nicht, dass wir unsere Mittel für uns verbrauchen und den Herrn das Übrige bringen, auch wenn es ein ehrlicher Zehnter wäre. Legt Gottes Teil zuerst beiseite. Die Anweisungen, die der Heilige Geist durch den Apostel Paulus hinsichtlich der Gaben gegeben hat, gelten ebenso für den Zehnten. An jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich etwas zurück und sammle an, so viel ihm möglich ist. 1. Korinther 16, 2 Dies schließt Eltern und Kinder ein Ein Fehler, der manchmal von wohlhabenden Vätern gemacht wird. Die Umstände, in die ein Kind gestellt wird, hinterlassen oft sogar einen wirkungsvolleren Einfluss als das Beispiel der Eltern. Es gibt reiche Männer, die von ihren Kindern erwarten, dass sie genau das sind, was sie selbst in ihrer Jugend waren, und sie geben der Verdorbenheit der Zeit die Schuld dafür, dass ihre Kinder nicht so sind. Sie haben aber kein Recht, dies von ihren Kindern zu erwarten, wenn sie sie nicht in Umstände stellen, die denen ähnlich sind, in denen sie selbst gelebt haben. Die Umstände im Leben des Vaters haben ihn zu dem gemacht, was er ist. In seiner Jugend wurde er von Armut bedrückt und musste fleißig und ausdauernd arbeiten. Sein Charakter wurde in der harten Schule der Armut geformt. Er musste ganz zwangsläufig seine Wünsche beschränken, eifrig arbeiten und in dem, woran er gefallen fand, einfach bleiben. Er musste seine natürlichen Fähigkeiten einsetzen, um Nahrung und Kleidung kaufen zu können und Sparsamkeit üben. Väter arbeiten dafür, ihre Kinder mit Reichtum zu umgeben, anstatt sie in solch eine Situation zu stellen, in der sie selbst begonnen haben. Das ist ein verbreiteter Fehler. Müssten die Kinder heute in der gleichen Schule lernen wie ihre Väter, dann würden sie genauso nützlich wie sie. Die Väter selbst haben die Umstände ihrer Kinder verändert. Armut war der Lehrmeister des Vaters, ein Überfluss an Mitteln umgibt den Sohn. All seine Wünsche werden befriedigt. Der Charakter seines Vaters wurde in der harten Schule der Sparsamkeit geformt, in der jedes Gut, und sei es noch so klein, geschätzt wurde. Die Gewohnheiten und der Charakter seines Sohnes werden nicht durch die Umstände von damals geformt, sondern durch die gegenwärtige Situation, durch Bequemlichkeit und Maßlosigkeit. Wenn er ringsherum von Luxus umgeben ist, wie kann man ihm diese Dinge absprechen? Das beste elterliche Erbe an die Kinder Das allerbeste Erbe, das Eltern ihren Kindern hinterlassen können, ist eine Kenntnis in nützlicher Arbeit und das Beispiel eines Lebens der selbstlosen Wohltätigkeit. Dadurch zeigen sie den wahren Wert des Geldes, das nur dafür geschätzt werden sollte, dass damit die eigenen Bedürfnisse und die anderer gestillt werden können und die Sache Gottes unterstützt werden kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017